Und Willkommen zurück zur zweiten Folge von Let's Play Cities Skylines. Und jetzt geht's... Jetzt geht's darum, hier den, ähm, Highway zu bauen. Das heißt, das ist der, der weggehen soll. Das ist gut. Zack. Da kommt noch. Der, da kommt noch von hier. Und so. Da kommt noch. Der, der weggehen soll. Wo war das jetzt eigentlich komplett in der Tascheflaster, was wir hier gebaut haben? Ich brauche jetzt in der Tascheflaster. So. Der, der weggehen soll. Ich weiß nicht warum hier eins weiß, wo man das bauen kann. Aber okay, ich werde das jetzt auch nicht hinterfragen. So. Der hier kommt. Geht weg. Okay. So. Der sollte jetzt relativ gerade hier sein. Da kann man durch das Land gehen. Den kann man so gar nicht hoch anschließen, wirklich gerade. Das heißt... ... ... ... ... ... Okay, ich glaube, es ist besamt. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal eben dieses Teilchen kaufen, um den Heideway wirklich anschließen zu können. So, die Stromversorgung geht nur bis hier. So, ich bauch ne Tempo Stromversorgunggefühl da vorne. Also Leute, keine Sorge, das hier bleibt nicht ewig nur jetzt. Damit ich den Heideway nur bauen kann. So, ah, 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 ah. Das ist der Weg, das er nicht umgeht. Der muss sich hier drauf lassen, hier. Also erstmal hier oben. Und folgendermaßen. Mit dieser Kurve. Und dann zum einen hier drauf geht. Was schon mal ganz gutes. Zum anderen muss ich jetzt einmal noch rum gehen. Okay. Darf ich erstmal den geraden. Und vor den Einzug. So. 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 Ohlio! Und dann was haben wir hier schon nicht "- Executives." Du kannst wieder bei uns geben. Und dann muss ich hier einfach machen. So wie drüben wir. Das der Teile ist nicht möglich. Und dann müssen wir wirklich helfen. Also, da reinängt die Kunst. Das ist jetzt schon. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Das war's.